Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese 50 für ein paar Tage zu leihen, bei der Familie, bei Freunden. Notfalls gehen sie zu einem Kredithal. Ich habe das genauso gemacht. So funktioniert das. Eine Woche nach der Anzahlung steht ihre Finanzierung über 100.000. Davon gehen die ersten 50 ins Haus, die zweiten 50 bekommen sie so auf die Hand. Wir nennen das Kickback. Aber wir wollen doch die deutschen Steuervorteile nutzen. Und das geht eben nur, wenn die Finanzierung über eine deutsche Firma läuft. Und die verlangen diese Anzahlung als Sicherheit. Deutsche halt. Bisschen langsam vielleicht. Langsam im Kopf. Ich mache Familienrabatter. Eine deutsche Frau kann dir nichts bieten. Das sind so spießige, langweilige Kartoffeln ohne Humor. Dann zieh dich aus. Hopp, hopp. Willst du mich küssen oder was? Oh nee, ich stehe in Zimmer 9. Ich habe eine Jungfrau hier. Wie alt bist du? 17. Familienname? Esstürk. Was ist heute für ein Wochentag? Dienstag. Wie heißt sie? Lena. Lena? Schöne Name. Abgeblitzt. Ich habe dich nicht vergessen. Yürü, Deniz aramaya gideceğiz. Nereden bilebilirdin, ha? Oğlumun esrarkeş bir canky olduğunu, kocamın beni aldattığını nereden bilebilirdin, söyle! Bekle, Dedim, sana! Bekle! Allah, mir Allah'a ver. Ne Focam, Adama! Ne Focam! Ne baktıyorsunuz, be? Haben Sie das verstanden? Ne? 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 Tamam! Nach den Regeln müsste das Kleid dann auch braun sein. Finde ich toll. Mal was anderes. Dann von vorne nach hinten ist es, ha? Gut. Hat das nicht so schnell drauf gemacht. Bitteru, Güzüme gülemedim. Girdein, girdein. Besle Kargay. Besle Kargay'ın özü, gülüseнул. Sağlık durumu konusunda sizi bilgilendirmek istedim. Kader Bey, bu doğru değil. Hiç o ki biliyor musun? Bu ailenin reisi sizsiniz, sizden örnek alın. Kol kanat germeniz gerekiyor değil mi? Oğlunuz, onu da kaybetmek istemezsiniz herhalde. İyi akşamlar. Allah'a ver. Allaha karıştırmayın, onun bu işlerle alakası yok. Das Mendi, auf dem Gevisin. Mendi, tut. Ah ne. Da ist noch was. Ach, ist egal. Was denn, was denn? Sag mal, bleib. Was denn? Ich hab einen Wunsch. Mhm. Einen ganz großen Wunsch. Was denn für ein Wunsch? Ich smörde, Mac. Ich bin bei dir die ganze Zeit. Ich verspreche. Ich verspreche es nicht. Also du musst dich bewegen. Die Füße müssen schauen. Das ist nicht so gut. Ich verspreche es nicht so gut. Ja. Ich verspreche es nicht so gut. dass du mir das ja meine Reise,